ja moin leute es ist freitag und das heißt battle tag denn ich hab dem unter wieder ein 1v1 me bro rüber geschickt und ihr seht schon wir sind in human fall flat genau genommen haben wir uns im workshop umgeschaut und da ist uns die map yukis adventure ins auge gestochen und da wollen wir uns halt probieren oder ja auf jeden fall ich meine das sieht sehr nach jump and run aus was das thumbnail des levels angeht und ich meine da bin ich ja eh der besser ja das ist ein bold statement würde ich sagen ich werde alles dran legen mit köpfchen den unter hier zu schlagen es kommt darauf an wer die bessere zeit in dem level hinlegt jeder spielt das level für sich und wer nachher die bessere zeit hat kriegt den punkt in der ewigen wertung ihr seht den aktuellen punkt stand oben stopp ist ready auf dem handy genau und mal schauen wer den punkt heute mit nach hause nehmen kann ich würde sagen wir jumpen in die games und ab geht's okay da sind wir gerade aufgestanden stopp ist ready und bevor ich mich umdrehe drücke ich auf go und dann machen wir den unter fertig leute 3 2 1 go so mal schauen was das level hier für uns bereit hat ist schon was her dass sie das gespielt haben ich halte mich doch fest sie fängt das jetzt schon an dass ich mich nicht festhalten kann 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 man sich an gras nicht festhalten was ist hier verkehrt also ich hatte das einfacher in erinnerung ist shit hier ist eine planke wie kriegt man die denn hier hoch so schafft man den sprung nicht okay das ist natürlich jetzt schwierig ja leute ich bin im game geladen ich habe hier meine stoppuhr laufen und sobald ich loslaufe geht es los und ich werde natürlich die bessere zeit damit ich bin der jump and run gott von uns beiden ab dafür und rein geht's so interessant dass man die kamera tatsächlich lang ist hier durch das spiel gespielt habe ah da ist eine flanke guter move komm rum ein stück nice dann nutzen wir die doch direkt wuff hoch das teil oh man das kann ja dauern anderthalb minuten ich habe noch nicht mal das erste hindernis überwunden oh bleib liegen bleib liegen bleib liegen nicht runterfallen von wegen jump and run oder du wirst sowas von leiden in diesem level glaube ich das kann jetzt nicht wahr sein weil ich direkt hier am anfang verrecke leute nicht runterfallen muss es weiterhin packen noch mal schleudern ich klemm fest hoch und rüber liegt die ich glaube das reicht checkpoint what the wo so wo hier hier ich kann doch nicht ich kann nicht sein dass ich darf nur ein video in einem spiel verlieren ne komm das fällt runter das war aber jetzt auch eine schwere geburt wie ich das holzstück da hochkriege ich wollte aha ok 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 ich glaube ich hab's glaube ich hab verstanden ich bin schon bei vier minuten ja vielleicht stabilisieren wir uns einmal kurz und dann schlägt schwingen wir genau und dann lasse ich einen los schwingen nach vorne und das hat besser funktioniert als gedacht kurz safe machen würde ich sagen ok 4 minuten 40 einfach hier runter machen und rüber so nice ist auch wieder glaube ich checkpoint gedacht ok so bist du ein objekt oder bist du der checkpoint du bist der checkpoint okay Okay, also müssen wir hier hoch. Ich bin schon sieben Minuten dran, ey. Schwach. Leute, ich nehme mich dann einmal hoch. Tyrannimo! Kriegt sich das wirklich? Ja, gut. Okay. Okay. So. Nächster Checkpoint. Ein Karussell. Hier braucht man Strom. Da ist ein Kabel drin. Ein Katapult. Was soll ich denn hier alles machen? Okay, da muss rein. Muss man die Kugel da reinschießen? Warum? Um den Schalter zu betätigen? Okay. Dann. Okay, vielleicht wurgeln wir das ein zweiter runter. Dann die Kugel da rein. Dann müssen wir das Katapult scheinbar ausrichten. Ich versuche gerade, dass der Stab, der die Katapultschale, ich weiß nicht, wie man das Bauteil von Katapult klingt, dass das eine Linie bis zum Korb bildet. Ich glaube so. Give it a go. Nice! First try! Okay. Dagegen. Zack. Dann zack. Zack. Die Dominosteine umwerfen, Schalter drücken und dann geht das hier auf. Okay, Kabel 1 habe ich. Und ab geht's. Ab geht's, ab geht's, ab geht's, ab geht's, ab geht's, ab geht's. Ah, die Tür ist nicht richtig auf. Nein! Geht, passt halt Luft. Geht, passt halt, 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 Luft. Geht du mit? Geht mir die Kiste mitnehmen? Ich habe das Gefühl, dass ich die Kiste mitnehmen muss. Prüff! Herr Röns! Wer ist dieses Genie? Hallo? Komm. Nimm mich mit! Da hast du mich das blaue Kabel, das musst du auch holen Das ist ein geiles Level, ein mega geiles Level, also Props an den Mapdesigner Holy moly Okay, da hab ich das Ding Wir werden rübergezogen Wir müssen was auf den Schalter legen wahrscheinlich Nein, 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 oh! Und da ist das blaue Kabel, nice Das sind schon gute Rätsel, muss ich sagen Also Yuki Nicer Map Editor Geh da ran Nice, Ventilator ist an Auf gehts, Zeit, 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 Zeit Boah Okay, da ist ein Knopf Den Knopf verrauchen wir, denke ich mal, um da hoch zu kommen So und vor So und vor Oh Mich berühren Ja, 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 das ist der Endspurt Leute, der Ist nicht der Endspurt Wuhuuu Oh no, ich werd so hart runterfallen Ich werde ja so hart runterfallen Es ist aktuell Gleichstand, Ota war im Mario Kart einfach besser als ich Wenn ihr die Folge sehen wollt Schaut in die 1v1 Playlist Ähm Okay, okay, okay Nein, nein, ich bin zu seitlich Ah, shit Äh, die rechte Seite ist zu sehr da Hoch Spring Ach Gott sei Dank Und hoch Nice gemacht Hat er gespeichert? Ja, ich glaub schon Okay, ja, da sieht man schon, wie es sein soll Man muss sich hier einhaken und runterrutschen Nicht drüber Auf geht's Auf geht's einfach Wuhuuu Luki mit den Zerosteeiern da oben Schöne Erinnerung an das Aztec Level Okay, okay, okay Sind wir gut in der Zeit? Zwölf Minuten Knapp drüber Ja, zwölf, zwölf, dreißig Warte mal, da ist ein Schatten von einem Ei Man muss da ein Ei reinlegen Das heißt, wir müssen oben an die Statue dran, oder was? Ich bin gespannt, wie Vio sich angestellt hat in dem Level So Dann Ja Aha Die Ei muss ja das Beste Erwann immer Loops Okay Das ist hier eine Mechanik, die hatten wir tatsächlich gar nicht in In unserem Underground, sag ich mal Okay Okay Das andere ist ein Plattformrätsel, ich fang mit dem Schweren an Wenn man sich nicht festhalten, wäre das ein richtiges? Oh Gott, wie soll ich das denn jetzt mal zurücklaufen machen? Jetzt weiß ich, warum es schwer ist Jetzt weiß ich, warum es schwer ist Nein Leute Boah Okay, ich hab nur eine Hand Aha Boah, nein Boah 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 Okay Boah 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 Gut, dass ich den Checkpoint genommen habe. Das muss ich mit einer Hand machen, glaube ich, damit ich mit der anderen Hand mich zur Not festhalten kann. Denn das Ding dreht sich doch schneller, als es mir lieb ist. Oh, noch eine Runde. Ey, das ist superschwer. Ich hoffe jetzt nicht, dass Ota da mit einem First Try Road durchrennt. Das würde mich frustrieren. Ah, man kann das Bunny hoppen. Okay, ja, vielleicht ist das eine Lösung. Das zu Bunny hoppen. Oh, ja, das war die Lösung. Alter Jump'n'Run-Profi. So hinterm Rücken den Blauen ins Blaue. Ich habe mich an dem blauen Ding festgehalten. Statt an dem... Ah, dann an der Rolle. Ah, nein, 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 nein. Jetzt springen vielleicht de Wey? Bring Va the way So, und jetzt müssen wir noch Ach, das ist ja nur Geduld hier Das andere muss man ja was können, also Gelb schafft auch Bio Okay, und hier muss man mit diesen zwei Ebenen fahren Nein, nehm ich noch mit, das ist wertvolle Zeit Och, das hab ich gut hingekriegt Da muss ich mich auch mal selber loben Was denn hier auf die Schulter klopfen? Genau Das nehmen wir mit Jetzt müssen wir einmal warten leider Nimm das Ding Die sind unheimlich schwer für die Größe Klack Klack Ich glaub hier sparen wir Zeit Nein Warum bin ich so dumm? Ja, so viel zur Zeit sparen Ja, so richtig schwer mit dem kann man nicht springen Richtig Wer ist das dich nicht so dumm? Leute, womit fahren wir? Wir fahren in der Mülltonne, oder? Auf jeden Fall in der Mülltonne Nein! War doch nicht in der Mülltonne Nicht hoch Und alle Okay Leute Sind drin Wuhuuu Wuhuuu Ah! Wuhuuu Huzaaaaa So und das ist der letzte Checkpoint Und wir drücken Pause Ein Stück drehen So stellen wir das hin Und auf geht's Nice, das war gut Ich glaub das war gut Auf geht's Gucken was Ota nachher gewählt hat Oh nein, ich fall einfach runter Ah, es ist egal Nice Thanks for playing I did it Speichern Ich würd sagen Hat der da gespeichert? 1723 Und da ist der Ausgang Wuhuuu Wuhuuu Runter hier We did it Zeit stoppen Ja, da sind wir wieder Ich steh mitten im Level gerade Ähm Um euch nochmal so ein bisschen Überblick zu verschaffen Ich fand's richtig geil Also für ein Fanmade Level Ich weiß nicht wie du es fandst Ich fand das Level insane gut Ja, also Ähm Ich fand das Level Ich fand's war geil designt Es war Ja Nicht zu leicht Es war nicht zu schwer Und nichts ist nicht so richtig Wie ich es gern hätte Ich fand Ich fand auch die Rätsel waren Stellenweise Ähm Halt Klar war das sehr ähnlich Zu den Zu denen aus der Main Kampagne Ähm Ja Aber trotzdem irgendwie Eine eigene Umsetzung Ich fand zum Beispiel Die Idee mit dem Karussell Um das blaue Kabel zu holen Richtig cool Ja Das fand ich auch sehr sehr geil Äh Ich muss aber auch sagen Das mit dem Katapult Wie man das dann da reinschießen muss Damit dann eine Kabelreaktion losgeht Wie viele Versuche hast du gebraucht? Äh Ich bin in einem durch Ich bin eigentlich Also Nein Am Katapult meine ich jetzt zum Beispiel Ein Schuss First Try Okay Und Ähm Wie viele Versuche hast du hier an diesen Diese rollende Tonne Um den blauen Ball zu holen? Äh Da bin ich Zweimal runter glaube ich Ja Vielleicht dreimal Ich hab's dann nachher mit Bunnyhoppen gemacht Ja Richtig Ich hab mich beim ersten Mal Hab ich so gedacht So scheiße Ich halt die Kugel fest Und wenn ich runterfallen sollte Kann ich mich an der Rolle festhalten Dann zieht die mich wieder hoch Ja richtig Aber das ist bei Das war nicht funktionieren Mit einer Hand richtig schwierig Das hat nicht funktioniert Ähm Sonst Welches Vehikel hast du genommen Um die blaue Röhre runterzufahren? Eine Mülltonne Ich auch Ich bin rausgefallen Ich bin Ich bin über den Jump Und danach ist die bei mir umgefallen Genau Aber ich steckte noch drin Ne Das ist bei mir nicht passiert Die ist wirklich So Also ich bin schneller geflogen als die Tonne Und die Tonne hat sich gedreht Und auf den Kopf gelegt Ah okay Ähm Ja gut Dann bist du ja eigentlich So wie sich das anhört Auch recht schnell durchgekommen Äh ich hab den Am Anfang Das Brett Hat mich zum Wahnsinn getrieben Das hab ich mir schon fast gedacht Und da hab ich dann direkt gesagt So Ah unser kleiner Jump and Run Selbsternannter Jump and Run Gott Wird da an diesem Geschicklichkeitsding Wohl ein bisschen verzweifeln Hab ich mir gedacht Also das hat mich Das hat mich Das hat mich richtig fertig gemacht Aber danach Ja Richtig gut bei mir Fand ich Ja Cool Ähm Ähm Ja dann Kommen wir Zum alles entscheidenden Ähm Welche Zeit hast du gemacht Ja also wie gesagt Ich hätte gerne Äh Ich hab ja so gesagt So eine Viertelstunde oder so Ja Glaub ich gut für so ein Custom Level Oder generell für ein Level Das war doch recht groß das Level Äh Die hätte ich tatsächlich auch geschafft Die Viertelstunde Äh Wenn ich mich nicht Ich hab am Anfang Hab ich halt sechs Minuten verloren Ja ich war Vier Minuten Irgendwas Vier Minuten dreißig Oder so Für das Brett Hab ich halt vier Minuten Fünf oder sechs Minuten gebraucht Ganz am Anfang Das allererste Rätsel Äh Rätsel in Anführungsstrichen Äh Und dann bin ich nachher Mit 20 Minuten 20 Sekunden Und 20 Hundertstel Genau exakt Also 20 20 20 Bin ich dann Am letzten Checkpoint Hab den eingetingert Und hab damit Vorm Schild gestanden Ah ok Wo er dir sagt Du hast es geschafft quasi Genau Gut ich bin noch Um die Ecke gelaufen Und hab dann Ähm Äh Bin dann runtergesprungen Wirklich Mhm Und hab dann quasi Dann gestoppt Ja Aber das spielt keine Rolle Denn meine Zeit Ich halt meine Stoppuhr mal In die Cam Kann man da auch mal kurz reinhalten Ist Ja Das Fokus ist jetzt nicht so gut Aber ich glaube man kann es erkennen 17 Minuten 37 Sekunden Und 0,4 Ja Das Brett am Anfang Hat mir alles geklaut Ja Also da hat Brain gegen Gegen Jump and Run gewonnen Würde ich sagen Ja ich meine Wenn du die Rätsel schneller verstehst Ja Ist ja logisch Dass du schneller bist Aber ich hab es einfach Grazieller gemacht Alter Ich hab grad das Boot mal Für die Rutsche genommen Es geht ab So Jetzt stehe ich wieder Am Am Ziel Map Made by Yuki FTV Findet ihr im Workshop Wenn ihr einfach nach All Time Und dann Most Popular sucht Da ist sie direkt oben mit dabei Hat von mir auch Ein Upvote bekommen Geile Map Props an den Mapmaker Yuki hier Ja Hat richtig Spaß gemacht Fand ich geil Ich glaub wir werden demnächst Uns vielleicht auch nochmal Ein paar andere Custom Maps angucken Wenn ihr Vorschläge habt Für die Maps Gerne in die Kommentare Ja Von der Zeit her Ich hab den Jump and Run Gott hier glaube ich Eindeutig deklassiert Punkt für mich oben Deklassiert Nennt man das hier doch nicht Ja Und Ja War ein geiles Battle Vorschläge für weitere Battles Weitere Spiele Auch unten in die Kommentare Bitte Lasst uns ein Like Da Und ein Abo Ich weiß nicht Hast du noch was Oder Sehen wir uns Ich hab tatsächlich nichts mehr Gut Dann würde ich sagen Sehen wir uns Sonntag wieder Im Koop Und Ich sag Vielen Dank fürs Zuschauen Habt eine geile Zeit Und wir sind raus Ciao Ciao